Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Techdown. Alter, was war da los? Tschüss. Tschüss, macht's gut. Übersteuert. Übersteuert. Ja, hast wieder die Steuern übersteuert. Ja. Logisch? Total. Ich weiß, ich bin immer logisch. Willst du behaupten, dass ich nicht logisch bin? Nein, nein, nein. Ich sag doch schon gar nichts mehr, Mann. Dann ist gut, Alter. Dann ist gut. Finde ich prima. Ich hoffe, das geht dann mit meinem Lied, weil sonst bin ich am Arsch. Induction Smelter. Oh yeah. Noch so ein Scheiß. Was ist denn Invar, Ingrid? Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Pulverized Ferris. Was? Einfach mal, was? Einfach mal, was, Junge? Was ist da los, Mann? Ich mag gerne Käsekuchen. Was? Was hast du? Ich gucke gerade. Käsekuchen schmeckt so gut. Haben wir Ferrero-Ohr? Ferris? Wir hatten Ferris-Ohr. Hatten wir? Ja, aber wir haben es doch zu EMC gemacht die ganze Zeit. Nee, das war Tanks-Noor. Nee, ich glaube, das war auch keine. Scheiß, ich glaube, ich glaube, Ferris-Ohr gibt es gar nicht und das ist irgendwie Fail, das Rezept hier. Sicher. Das glaube ich nicht. 10%. 10%. Achso, Iron-Ore im Pulverizer. Ja gut, das kriegen wir ja hin. Nein, wir hatten auch schon Ferris-Ohr, glaub mir. Ich probiere gerade mal was. Ich probiere gerade mal was. Mal was. Yeah, 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 yeah. Yeah. Ich habe hier Pulver-River-Lied. Ja, das brauche ich aber jetzt nicht. Ich muss mal jetzt gucken, damit ich ein bisschen von dem Iron in den Pulverizer mache und da mal gucke, dass ich da... Na, hm, hm, die ist das, ne? Ich will es den Toastern, mein Junge. Pulverized Ferris-Mittel. Pulverized Iron. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Komm schon, es muss doch nur eins bei rauskommen, man. Nein, du wenigstens. Bitches. Ich muss auch ein bisschen Iron-Ore sammeln. Ich probiere gerade mal was. Wenn ich Strom von der Badbox zu einem MFSU haben will, wie muss ich das machen? Erst einen MV-Transformer und dann einen LV-Transformer dazwischen schalten, beides. MV-Größen, der da MV-Transformer. Hast du noch Iron-Ore? Iron-Ore? Hier oben? Ja. Hier habe ich 22. Also ganz normales Iron-Ore, weil ich brauche die nur... Achso, Ore. Nein, ich habe Inge. Achso, nee, Inge bringt mir nichts. Brauche Ohr. Weil ich muss es im Pulverizer tun und da hat man eine 10%ige Chance, dass da... Weil so ein Nebenprodukt mit rauskommt, was ich brauche. Brauche. Mhm. Das ist richtig scheiße. Mhm. Oder habe ich die Erlaubnis, mir einen Pulverized Ferris Metal zu schmelzen, äh zu cheaten, zu schmelzen? Ja, ich würde nur sagen... Weil Ferris findet man nicht, so, weiß ich, glaube ich, gar nicht. Wir haben keinen Iron mehr, Alter. Ja, eben. Das habt ihr auch da Refined Iron brauchen. Bei mir unten in der Kiste liegen, äh, übrigens... Dinger. Die ganzen, äh, Iron Dusts. Die muss ich nur nochmal schmelzen, theoretisch. Ich bin nochmal gerade so... Ja, du cheaten hier so Dinger zu Cheater, Mann, Alter. Habe ich die Erlaubnis dazu, Ferris? Keine Ahnung, mir fehlt ja noch eine Person. Ja, von daher. Ähm, was hast du gesagt? Ein M4 Transformer und dann ein LV Transformer? Äh, Wad, ja, genau. Wie sagt man den? Kupfer, Holz... So, dann gucken wir doch mal. Alter, ich habe kein Holz mehr. Die Welt wird untergehen. Ich bin schon gekommen. Leu. Wo habe ich denn meine Kettensegel? So, pass mal auf hier. Bum, 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 bum. Ey, der hat gar kein Zorn bei mir. Induction Smelter. Invar Ingot. Brauchen wir hier Iron Dust. Und... Muss das irgendwie speziell? Nee, shapeless crafting. Was ist mit dir los? Was? Ich habe doch gesagt... Okay, jetzt haben wir Invar Blend. Ja, 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 es wurde geschmolzen. Hast du das Teil gecheatet? Nein, also es wurde geschmolzen. Es hat funktioniert, so wie es mir vorstehen hätte. Also es hätte bestimmt auch blablablabla. So funktioniert aber das. Da hätten wir jetzt echt zu lange gewartet. Nö. Einfach nö. Ich liebe diese Kettensäge-Sounds. Du liebst sie? Boah. Genau so macht die. Kotz. So, mal gucken, was hier ab... What the fuck? Der kann ja den ganzen Holz ab... Boah. Boah. Boah, boah. Ich wollte mich erschrocken. Ja, lol. Ja, holz mal ab. Weißt du, wie viel Jungle Wood ich jetzt habe? Wood, 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 wood. Ich habe gerade unten auf so einen Jungle, äh, so ein viermal, ne, zweimal zwei Dingens geklickt, ne? Der ganze Baum ist jetzt weg. Klo. Ich habe einen Halbstack, wo ein Jungle Wood 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 Wood. Ach, dafür ist meine Kettensäge nach einem Baum jetzt auch kaputt. Ich hoffe, das geht so. Ja, nicht kaputt, sondern... Äh. Warte mal. So, hier, Inductions, Meldon. So, der speichert jetzt Energie. Gehst du noch ein bisschen... Hast du dich eigentlich mal wegen dem Eta-Arcon-Licht? Äh. Jein. Ich habe noch nicht weiter geguckt, aber ich denke mal, er ist noch nicht draußen. Du denkst, warum du es so geschätzt? Du denkst, warum du es so geschätzt? Gold und Silver, Gold und Silver! Gold und Silver! Oh, yeah, yeah! Yeah, yeah! Party! Party! Du hörst dich schlimm, Mann! Ja, ich muss hier einen Moment entscheiden. Will ich jetzt LV transformieren? Dur dur dur, dur 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 dur, dur dur! Hi. Kann ich auch, meine... Ja? Was muss ich denn zuerst an die Badbox anschließen? Den M4 Transformer oder den LV? Erst den M4! Ey, Quatsch! Also von der M4SU geht das so in der Reihenfolge M4SU? nein 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 zu badbox zum mfsu lv transform und mv transformer also von mfsu muss ein mv transformer dann sein ich glaube es explodiert gleich was weiter ich glaube auch ich hab so verdammt angst und daneben steht der mfsu was brauche ich dafür kabel von back bei badbox zu da brauchst du von zur badbox brauchst du nur gingens kupferkabel ja genau und vor zum mv transformer da müsstest du schon glasfaserkabel nehmen das ist einfach am besten du kannst aber auch über glasfaserkabel nehmen wo es nur glasfaser ja ich wo mir meinen diamanten ich habe auch noch 55 stück warte er hat mir die ja ich konnte uns so so zwei harte klar glass ich krieg zu viel Kann einfach nicht. Ich habe gerade so eine sexy Musik im Hintergrund, Junge. Die ist so sexy. Sexy als sexy. Sexy als sexy, Mann. Sport 1 um 1. Sport 1 um 1. Ja. Sport 1 um 1. Ist so, Mann. Oh, wir haben ja schon 59. Wir müssen bleib mal aufhören. War es 59? Nein. Achso, ich habe gerade 59 Minuten. Nein, Leute. Nein, nein, wir müssen dann gleich so. Number World, oh yeah. Scheiße, Mann. You will lift it up. Dann mache ich. Was, machen wir noch eine Folge? Nein, leider nicht. Dann muss ich ein Schild machen, dass ich mir ein MFE. Oder haben wir noch eins? Wir haben noch ein paar Minuten. Also ein paar Minuten kannst du noch. Pass auf. Ja, ich shoppe eh nicht mehr. Ey, stell mal schon mal die Query bitte auf. Wenn du was mitfamigst. Was ist denn, Alter? Oh mein Gott, Mann. Das ist nämlich nicht so cool, wenn du das machst. Boah, habe ich mich einfach gemorgen. Das ist ja gerade ein Zombie. Los. Okay, Alter, jetzt produzierst du so viel Energie und ich habe... What the fuck? Penis. Meine Rüstung, Junge. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Flieg mal mit der Rüstung, Mann. Nein, ich kann gerade nicht. Ich muss mir gerade... ...nen Penis basteln. Da müsste ich jetzt schon noch ein bisschen... Also entweder nehme ich was von diesem Thrust da weg oder... Alter... Ich muss was von diesem Thrust wegnehmen, weil sonst bin ich zu schnell. Das kannst du halt gar nicht... Kannst du ja gar nicht handeln, Mann. Handeln, Mann. Ich habe jetzt so einen MV-Kapastator drauf gehauen. Und der wiegt nur... Also der kompensiert das halt ein bisschen und wiegt dann weniger. Und deswegen ist meine Rüstung jetzt dann so fucking schnell. Da... Boah. Da komme ich gar nicht mit, Mann. Ich schlage gerade meine Rüstung auf und dann darfst du mal testen. Also irgendwas funktioniert hier nicht. What the fuck, Mann. Okay, 280. 290. Wie viel Energie frisst denn das, Junge? Alter. Das frisst ganz schön viel. Wie muss ich das mit diesen 3-Punkt-Dingern da machen? Wie 3-Punkt-Dingern? Bei dem LV-Transformer und so. Ja, bei mir hat die eine Seite 3 Punkte und die anderen alle... Achso. Ja, ganz klar, Moment. Ich komme gleich hoch. Das fahre ich jetzt alles nochmal ab. So, den Rest darf ich so auf... Alter, bin ich schnell, Junge. Und dann bin ich hier. Warte. Und dann bin ich wieder... Ui, Alter. Und hier kommt der... Ding jetzt, den LV-Transformer. So, das ist eine Bedbox. Ja. Wieso willst du das hier so quer in den Raum bauen? Ist doch egal. Es ist mein Raum. Okay. Hier, von dieser Seite baust du den LV-Transformer dran. Äh, LV-Transformer. Von dieser Seite. Also an das Glasfaserkabel, genau. Da, wo die 3 Punkte sind, muss der Strom reingehen. Reingehen? Ja. Dann muss ich das ja andersrum machen. Nein, nein. Hier geht ja der Strom rein. Wie, von Bedbox zu MFSU? Ja. Warum das denn? Warum nicht? Ja, wenn du von der Bedbox was abzapfen willst, dann geht ja hier der Strom raus. Gib mir mal ein paar Glasfaserkabel. Dann geht ja hier der Strom raus, ne? Theoretisch. Also hier, wo die Maschinen sind. Äh, von Bedbox zu MFSU ist es egal. Da kannst du auch einfach so hingehen. Na, nicht MFSU. Äh, MFE will ich mir noch ein extra bauen. Ja, dann machst du es genauso. Achso, so einfach ist das. Ja, da brauchst du keine Transformatoren. Oh, du bist ja so ein... Ich dachte, du willst von der MFSU was auf die Bedbox klatschen. Nein. Hier, komm mal her jetzt. Komm mal her. Was willst du denn? Mann, Junge. Renn doch nicht einfach so in mein Haus rein. Sieh das an. Spannend. Ich bin gebraucht. Und dann flieg mal damit. Wo sind die denn? Da, da. Ne, das war der Falsche. Da. Wo sind denn die Schuhe? Äh, die Schuhe? Da hast du. Na, geh mal raus und flieg mal damit. Boah, leck mir die Eier. Flieg, flieg. Leck mir die Eier. Ist das geil. Alter. Aber man kriegt noch ein bisschen Schaden, wenn man landet. Ja, ja, dann mach ich gleich noch, ähm, äh, so Boots drauf, wo du keinen Fallschaden mehr kriegst. Alter. Ja, okay, das ist... Das ist geil. Das ist geil. Warum hab ich jetzt auf einmal zwei... Wee! ...de Tracks. Hast du mir eben noch einen zugeschmitten? Wee! What the hell? Ja, ring dich ab. Ich geh grad voll ab, Junge. Aber ich muss den noch ein bisschen modifizieren. Äh, Wolle muss ich mir jetzt noch holen. Ich muss das Jetpack ein bisschen runterstellen, weil sonst ist das echt zu... Ein bisschen. Ich hab das jetzt auf dem Viertel und da ist das immer noch so schnell, Mann. Heilige Scheiße, Junge. Und das verbraucht so wenig Strom. Ich hab ja diese, äh, Kinetikgeneratoren. Das heißt, wenn ich mich bewege, lädt sich ja das Ding auf. Und ein Solargenerator. Und das Jetpack zieht so wenig, dass sich das automatisch wieder auflädt. Also meine Rüstung ist im Prinzip jetzt unendlich haltbar. Okay. So, du hast gesagt, wir haben Schafe. Ja, wir haben Schafe. Hui! Hui! Hallo Schafe. Tschüss Schafe. Kriegen die Maschinen, wenn ich das genau da dran hab, ne? An dem Kabel. Ja. Die Maschinen denn von dem MFE auf Strom? Äh, normalerweise nicht, wenn der MFE nicht auf die Maschinen gerichtet ist vom Output her. Ach so, okay. Okay. So, Schockabsorber. Noch mal zwei Servomotors. So. Haben wir noch Solenoid? Ja, haben wir. Zwei Stück sogar. Okay, dann brauchen wir noch zwei davon. Ne, warte mal. Dann brauch ich ja vier. Vier davon. Hier noch ein paar. Also, auf jeden Fall ist schon mal jetzt ziemlich geil. Und ja, ich werde da auch noch so eine Rüstung bauen. Weil ich, weil ich, weil ich ein Gutmensch bin, einfach. Ich hab da schon so eine Rüstung. Du baust mir nur die Komponenten da ran. Ja, mein ich ja. Bequestest du gerade wieder Erde? Oh, ne. Ne. Ich bin gerade hier intensiv beschäftigt. Intensiv? Intensiv. Jetzt bin wieder die komische Säge. So, jetzt hier die Schockabsorber. Ja, jetzt krieg ich keinen Fallschaden mehr. Das heißt, ich bin im Prinzip unverwundbar. Und, und? Nein. Nicht nur im Prinzip. Ich hab, äh, lass uns eben die Query verschieben und dann können wir, äh, Dinge ins Küchen. Ja, wir müssen jetzt auch. Den ist am Potenzial. Ähm. Ja, gut. Den Rest muss ich dann beim nächsten Mal machen. Leider, leider. Ich hätte gerne auch mehr mit meinem so so geilen Anzug gemacht. Okay, warte mal. Alter, ich komm mir nicht klar, Junge. Ich komm mir nicht klar. Ah. Es hat eskalated quickly. Du kommst nie klar. Du kommst nie klar. Du kommst nie klar. Wo waren wir denn die Query hin? Ich weiß es nicht. Hast du noch Erde? Wo wir sie noch nie hatten. Was? Nein, ich hab jetzt gar... Ja, ne. 20. Ich kann dir aber genug Holz geben. Da haben wir jetzt erstmal... Hammer viel. Ähm, wir müssten sie... Können wir die nicht hier hinstellen? Hast du, äh, äh, Dingens? Dingens da? Nein, 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 brauch ich nicht. Brauch ich nicht, brauch ich nicht. Wo bist du? Ich brauch Landmarks. Wo bist du? Ja. Männlich. Wopwopwopwopwopwopwopw. Äh, Landmarks. Wopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopwopw Oh, Unterwasser kann ich nicht fliegen, oder wie? Hä, wohl? Hoppa, Gundam Style. Ist noch ein bisschen unbalanced. So, das verbindet sich nicht. Warum nicht? Hey, das ist doch verbunden. Bist du verhärt? Eben nicht. Das war doch bei mir verbunden. Ja, aber nur drei Seiten. Ne, jetzt sind es vier, okay. Zack. Okay, das ist jetzt nicht ganz so eine große Query. Ah, na gut. Es reicht. Naja, oder wollen wir sie größer machen? Jetzt lass es doch einfach. Nein, das reicht mir nicht. Und ich kann jetzt schlafen, Baby. Yeah. Gott. Oh, streit. Und du musst in der Stunde arbeiten. Ne, ne, ne. Freust du dich auch noch, kleine Bitch, ey. Na, mich musst du auch schon ne zwei Stunden arbeiten. Hatzin, freust du dich. Wieso ne Bitch? Wieso verbindet sich denn dieser Rotz hier nicht, man? Oh, Pung, Gundam Style. Pung, Gundam Style. Der verbindet sich nicht. Der verbindet sich nicht. Der verbindet sich nicht. Der verbindet sich nicht. Scheiße, Mann. Ach, ja. Jetzt, komm halt her. Wieso geht der Scheiß nicht, wenn ich's will? Weil du es willst. Jetzt wollt ihr mich aber rollen, äh, trollen. Ja, wollen wir. Ja, wie klein denn noch, Mann? Das war doch eben schon groß. Hey, jetzt. Trololololololol. Blub. Irgendwie mag ich die Wassergeräusche von Minecraft. Blub. 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 Oh, die verändern sich ja. Du hast echt Probleme, Mann. Die verändern sich ja, wie geil ist das? Ja, gut, dann lass mal die Quarine nur so klein hier. Leck mich doch. Ja, du musst dafür den, den anderen Zeug da wegnehmen, ne? Die Jungs. Den Land, den Trans, ne, nicht Transformer. Den, die war ich schon. So, den 120, ja, den nehm ich mit hier, komm. Ich brauch nur den hier mit mir zu nehmen. Ne, wir hatten ja 50, ne? Ich, ich weiß es nicht. Ja, jetzt funktioniert es. Weiß es nicht. Okay, es ist zwar ein bisschen klein, aber naja. Whatever. Besser als gar nichts. So, genießen wir noch ein bisschen den Rundflug hier. Wey. Wey. Scheiße. Jetzt kann ich endlich den letzten Erde-Block aufpassen. Hey, Philips. Da bin ich. Und da bin ich wieder weg. Da bin ich. Und da bin ich wieder weg. Los. Da oben bist du. Scheiße, Mann. Ja, ich würd mal sagen, wir haben nichts erreicht. Doch, ich hab meine Rüstung fertig. Und wir haben die Crary nochmal aufgebaut. Die viel zu kleine Crary. Wir haben nichts erreicht. Leute. Doch, haben wir. Leute, wir haben nichts erreicht. Ich hab schon was erreicht. Nein. Du bist doof. Nein. Erst recht nicht du. Weck mich, Mann. Nö. Ich krieg keinen Fallschaden. Hab ich das schon erwähnt? Ich krieg auch keinen Fallschaden. Durch meine hypergeile Quantumrüstung. Ja, 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 ja. Du und deine Quantumrüstung, Mann. Ich und meine Quantumrüstung. Ja. Dann geh ich jetzt zu mir ins Haus. Leute, wir haben jetzt Feierabend hier. Haut rein, macht's gut. Wir haben 25 Minuten. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.